Es geht ab, ich bin's. In dem Sinne, meine Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr wieder absolut geile Greenscreen-Deems erstellen würdet von mir. Lasst euch auf jeden Fall Zeit, macht euch ordentlich Mühe. Ihr könnt unter Hashtag oder unter GreenRevy Unter GreenRevy10 Könnt ihr diese Videos einfach auf Twitter und am liebsten auf YouTube hochladen. Wir suchen die uns dann raus. Shoutout an euch und jetzt ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Minecraft Pan-React. Was habe ich hier eigentlich an? Hey Leute, ich streame jetzt wieder Minecraft. Kommt einfach vorbei. Stream läuft jetzt. Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Minecraft, Alter. Es ist 2019, Junge. Und Minecraft ist f***ing back on the rise. Back at it again, meine Freunde. Starten wir in diesen absolut geilen... Tobi? Ich höre mich doppelt bei dir. Kannst du das ganz kurz vielleicht... Ich hab's gerade mal Häschen abgesetzt, weil es war echt ziemlich laut. Ah, alles klar. Starten wir in diese absolut geile 2. Jahres-Häschen, meine Freunde. Und es wird wieder massiviert Minecraft-Contact geben. Oh mein Gott, das Fenster ist auf. Ich glaub, meine Nachbarn sind an der Stelle da noch raus. Ähm, ich telefonier gerade. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal was ganz Besonderes an. Und zwar... Mit Käse, ja. Tobi, ich bahn dich in 3, 2... Stop! Ich bin dabei! Wir schauen uns heute was ganz Besonderes an, meine Freunde. Und zwar Minecraft-Paint-Combinations und danach noch ein paar Minecraft-Memes. Es gibt ein Video, das fast den gesamten Schmerz, ja, den gesamten unglaublichen Schmerz, den man während seiner ganzen Minecraft-Laufbahn gespürt hat, in einem Video unglaublich gut zusammen. Das Video ist komplett viral gegangen, hat jetzt mittlerweile 10 Millionen Aufrufe bei einem Minecraft-Video 2019. Was passiert? Aber ich würde sagen, wir ziehen uns das einfach mal ganz kurz hier gemeinsam rein. Tobi, los geht's! Und damit herzlich willkommen zu einem Singleplayer Minecraft-Let's Play! Halt deine Fresse! Ruhe jetzt! Heute hab ich mal ein Video gemacht mit euch. Entweder du hältst das Maul und wir reagieren, oder du bist hier raus, ist das klar? Nö. Aber man muss doch was reagieren und sagen. Ruhe jetzt! Ah, hier, der gute Cobblestone. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Jedes... Was war das? Gottverdammt, der Mann! Siehst du es nicht? Es ist ein Ei. Es ist ein fettes Ei, was dich am Kopf trifft, Alter. Jedes Mal, wenn man Bad Wars, Skywars oder sowas gespielt hat, Junge. Ja, man. Ich hab immer Bad Wars gespielt. Oh nein! Aua! Aua, Digga! Machst du doch Empire? Tobi, ich hab bei Empire eine riesige Redstone-Schaltung gebaut und sind einfach mit einem Wasser einmal rechts geklickt und dann war alles weg, Alter. Ja, und dann kam ein Boot und dann haben die so gesagt, die Piraten, wir überfallen uns jetzt. Tobi, das ist nicht so passiert. Halt deine Fresse! Sorry, die haben uns mit Bögen auf uns gezielt und so. Oh Gott, okay, das ist natürlich klassisch. Gravel, Alter. Oh mein Gott, stressig, Alter. Und, oh mein Gott, ja. Döbe Fische. Nein, Digga, und stressig und es kommt immer mehr. Nein! Das ist der schlimmste Moment, wenn ein Hund verbrennt in Minecraft, Alter. Aber im echten Leben ist es auch schlimm. Ich schwöre, wenn ein Hund im echten Leben verbrennt. Aber im echten Leben ist es auch schlimm. Okay, das war echt ein blödes Saum. Nein, das stimmt. Oh mein Gott, ja, wenn man nicht schlafen geht. Oh. 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 Oh, Junge. Jump Runs. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Carsten. Oh mein Gott, Digga. Oh. Oh mein Gott. So viel Scheiße. Digga, es ist aber alles so relatable. Es ist alles so relatable, Junge. Ich kann es so sehr fühlen. Du auch? Ja, Mann. Ey. Digga, das Ding ist, man macht ja schon so Sachen, um das präventiv vorzubeugen. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ja. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ja. Boah. Oh mein Gott. Ja. Oh, ja. Digga. Ich hasse es, Alter, wenn ich Kisten mache und ich sortiere sie. Und Scheiße Trimax packt seinen gottverdammten Müll. Digga, seine bewirbten Tempos, seine Unterhosen, seine restlichen Ohrenstäbchen, die er benutzt hat. Alle sind irgendeine Kiste, Digga. Da könnte ich ausrasten. Dann gucke ich in die Wertvoll-Kiste rein und dann frage ich, Max, erklär mir, warum sind Nether-Watson in der Wertvoll-Kiste. Und dann kommt von Trimax, Nether-Watson sind für mich wertvoll. Da könnte ich ausrasten, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ja. Ja. Oh mein Gott, zwei FPS. Digga. No way, Alter. Wie aggressiv, Alter. Aber die Sachen sind echt dumm. Hä, was denn? Das ist voll der gute Skin. Hi, welcome to Minecraft. Alter, Junge, Junge, Junge. Das war echt ein emotional Rollercoaster. Ich muss auch sagen, sowas passiert halt nur bei Singleplayer-Projekten. Weil bei Kreativ, da überlebt man alles. Da kann man nämlich in Lava schwimmen und so. Wenn man Kreativ-Modus anhat. Tobi, gut, dass du das... Ich glaub das... Halt doch ein... Wieso mach ich das überhaupt mit dir, Junge? Weil ich Minecraft-Spieler bin. Oh. Ähm. Äh. Mhm. Okay. Oh, Junge. In die Sch*** ist Crafting-Box reinzugehen, wenn Creeper kommt. Ich glaub da gab's sogar mehrere Szenen von Gronkh, wo das damals im Let's Play passiert ist. Und ich dachte mir so, Alter Junge, wie kann man so dumm sein? Und dann ist es mir selber 200 Mal passiert, Junge. Spin-Bot, yeah! Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh mein... Das ist das Schrecklichste, Digga. Das war früher ein Bug. Guck mal, er hat alle Ender-Perlen in das Portal reingetan und die buggen weg. Schau mal. Hast du's gesehen? Warte. Hä? War das immer so? Ist weggebugt, ja. Ja. Okay. Oh mein Gott, da fällt man um. Oh mein Gott, Alter. Oh. Silberfische mal wieder, Junge. Man kennt sie. Digga, Minecraft hat sich aber irgendwie... Also... Oh mein Gott, was? Was? Tobi, ähm... Hä? Das hab ich letztens gehabt bei mir drauf. Mit Kühen. Ja! Ich kenn das so sehr, wenn man einen so einen Pigment schlägt und denkt sich so, haha, nice, den hab ich jetzt getrollt und dann dreht man sich um und die komplette Bruderschaft von... Tobi? Achso, es war... Ja, ja. Okay, ja. Junge und... Ja, oh. Alles klar. Lalalalalala. Digga, hä? Wahrscheinlich, oder? Also, okay, das jetzt... Man kennt's, oder? Ja, also, wer kennt's nicht, wenn man gegen 200 Enderdrachen kämpfen muss, oder? Also... Tobi? Alles in Ordnung bei dir, oder? Fühlungsmissverständnisse über den Placebo-Effekt. Ich hab mir grad ein Video angeguckt, wie man, ähm, bei Minecraft graftet. Gut, hier haben wir noch ein Part, meine Freunde. All your pain in Minecraft. Zwei Minuten, let's go. Zunächst, man kann alles fühlen, egal was es ist. Das League kenn ich... Oh! Oh, Digga, der Glasblock. Der falsch platzierte Glasblock, Alter. Hä? Fackelt weg, erkennt sie nicht. Fackelt weg und dann... Alter. Oh, Junge, Minecraft von der Strecke runter. Man will nur das Schwein da drin haben. Oh, der pisst ja nicht gerade. Junge, der passt. Der Pisten, den man nicht völlig platzieren kann. Der passt. Ausversehen rechts liegen mit dem Feuerzeug und dein Haus brennt ab, Digga. Wie oft ist es dir passiert? Real Talk. Real Talk. Weißt du, im Echtleben? Also in Minecraft ungefähr zehnmal. Und im Echtleben? Ja, auch schon zweimal ungefähr. Alles klar, gute Versicherung. Oh nein. Belastend. Oh nein. Und du schlägst außerdem den Villager, dann kommt der Iron Golem fett sich auseinander, Junge. Oh nein, ein Ding ist nicht gewachsen. Ja, gewachsen. Mhm. Schwert geht kaputt, man kommt aus dem Wasser nicht raus, Junge. Man will das Nerf aber zahlen, aber man kann es nicht. Oh mein Gott, Junge. Und natürlich. Alter. Wie oft ist mir das schon passiert, Junge? Dass das Ding ausgegangen ist, weil der ein Gas drauf geschossen hat. Geht es denn aus? Und ich musste mich im Nether einfach umbringen und dann wieder zurücklaufen, Digga. Das war so belastend, Alter. Ja, alles klar. Ah ja, okay. Ne, aber es sind doch ein bisschen viel, ne? Oh mein Gott, mit dem Schild. Mit dem Rechtsklick, mit dem Schild. Das Boot zieht dich ja einfach runter, das sind diese Blasen. Ach so. Ach die. Ja, ja. Und dein Boot ist unten am Boden und du kriegst es nicht zurück. Und am Boden, ne? Aber immerhin Diamanten. Ja, und der schwimmt oben. Aber er stirbt. Hä, aber kriegt der nicht eigentlich in der Luft Luft? Also in den Blasen? Doch. Ne. Er schwimmt daneben. Ne, ist auch selber schuld, finde ich. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen... Tobi. Tobi. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum du das da angemacht hast. Können wir ein Minecraft Video angucken. Ja, ich würde sagen, Leute. Das war auf jeden Fall soviel zu den Minecraft Relatable Pain. Ich glaube, da kann man genug zu sagen. Jetzt hauen wir einfach noch mal um auf 10 Minuten zu kommen. Aktiv ein paar Memes hinterher. Let's go. Minecraft Mems. Wett ein Villager im Sound? Ne, Golem ist es. Das ist ein Golem. Er kann an den Schultern. Oder ein Villager. Das wird einfach ein Creeper. Oh man. Golem oder Villager. Noch mehr Schrift ging nicht. Aber warte. Golem oder Villager. Ich wette meine beiden Hände drauf. Meine beiden Hände wette ich da drauf. Das ist ein Golem. Oh. The Creeper is going to steal a star forget. Tobi. Wie ist das? Ich kriege auch schon diese Musik. Oh. Oh Mann. Bruder, ich hätte das alles erwartet. Ich nicht. Aber das nicht. Guck mal. Diese G-Sounds. Wie schlecht. Was, Alter? Big Nipper vor allem, ne? Oh. Mahn, Alter. Das ist gelogen. Oh. Oh. Junge. Ach, der hat den Baum kaputt. Das kenn ich. Boiler. Was? Dieser Schrei. Was hat der im Inventar? Ne Panne? Warum macht man sowas? Oh. Nein. Oh das ist trippy. Leute macht alle eure Augen. Kennen sie es? Hör, das ist ja eine Minecraft-Achterbahn. Ist das dumm, Alter. Digga, niemand gräbt sich nach ganzer unten. Nee, das macht man wirklich. Das macht keiner einfach. Seit ich Dias farmen will, mach ich immer zwei. Oh. Oh. Hä? Das ist eine Katze? Wie schwarz ist sie? Mann. Mehr Sounds kriege ich auch nicht. Digga, aber da war so was gar nicht. Was, Alter? Lol, was? Alter. Hä? Ist aber ja auch kein Ton. Nee, da fehlt eigentlich das Jiii, oder? Jiii. Ey, ist in Wasser gefallen. Oh, da, was? Oh, Junge, Alter. Du hast da gerade alles passiert. Wie viel Pech. Ist das dumm. Hä, aber die bewegte sich auf die ist gar nicht gestorben, Digga. Das ist ja mal übel, der Fake. Was? Neues Update. Nach dem Rates. Last one. Ich weisse auch nicht. Hä? Wow. Was? Kam da plötzlich ein Stuhl angeflogen? Nee, es war ein Ding. Minecraft Pickaxe-Effekt. Hä? Gab es das wirklich? Nee. Finally, Alter. Minecraft 2 gab es nicht, oder? Minecraft 2. Leute, jetzt kann ich es erzählen. Ich bin an der Entwicklung dran. Und bei 60.000 Likes kommt der Minecraft 2 Client. Basically ist es eigentlich nur Minecraft, aber jeder Vlog ist, wie gesagt, Trimax oder Standardskill. In diesem Sinne, meine Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Und schaut bei Tobi vorbei. Tschüss. 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 Tschüss.